Das ist Anna. Anna macht gerade Abitur. Sie möchte schon im Studium praktische Erfahrungen sammeln und hat sich deshalb für ein Studium an der DHBW, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, entschieden. Anna nimmt die Möglichkeit einer Studienberatung wahr und findet dort unter anderem heraus, welcher Studiengang zu ihr passt und an welchem Standort dieser angeboten wird. Zu Hause geht Anna gleich auf die Internetseiten der DHBW-Standorte, denn sie weiß jetzt, dass sie sich direkt bei einem der rund 9000 Kooperationsunternehmen der DHBW bewerben muss, den Dualen Partnern. Online findet sie nicht nur die Listen der Unternehmen und sozialen Einrichtungen, sondern auch Informationen zu freien Studienplätzen, Ansprechpartnern und Bewerbungsverfahren. Sollte Anna hier keinen passenden dualen Partner finden, könnte sie auch ein Unternehmen oder eine soziale Einrichtung ansprechen. Anna hat vor einiger Zeit ein Praktikum gemacht. Weil sie das Unternehmen toll fand, will sie auch dort nachfragen. Anna muss gut planen, denn der Studienbeginn ist immer im Oktober und die Studienplätze werden bereits über ein Jahr im Voraus vergeben. Anna freut sich. Sie konnte beim Bewerbungsgespräch im Unternehmen überzeugen und hat nun einen Studienvertrag. Damit ist ihr der Studienplatz an der Hochschule sicher und ihrem dualen Studium steht nichts mehr im Wege.